Sie ging. Ich legte mich hin und versuchte zu schlafen, konnte aber nicht. Ich fing an zu summen. Die Stelle, wo ich meinen Schaukelstuhl zum Fluss runterbringe und meine Blues wegschaukele. Was hat sie gesagt über die Stimme, dass die jetzt besser ist, weil sie erzählt, was du durchgemacht hast? Es geht um eine Familiengeschichte von insbesondere Frauen. Es geht um einen Kreislauf und um einen Oppressor, also um einen Unterdrücker namens Corrigidora, der diesen Frauen sich nähert auf unfassbare Art und Weise. Wie? Das muss der Leser, die Leserin am besten selbst herausfinden. Folgen. Klingt irgendwie, als ob du die Vergangenheit nicht singst, sondern summst. Folgen von was? Es geht um die verletzten Seelen von Menschen, die über Generationen die Auswirkungen der Sklaverei spüren und auch ausleben. Also an Corrigidora begeistern mich verschiedene Dinge. Zum einen lese ich sehr gerne und kenne mich ein ganz klein wenig auch aus in afrodiasporischer Literatur, auch afroamerikanischer Literatur. Und Gail Jones ist mir noch nie begegnet, dieser Name. Und dann fand ich natürlich auch interessant, mit welchen Zitaten dieses Buch versehen ist, von James Baldwin und Toni Morrison, auch zwei Autorinnen und Figuren, die ich sehr schätze. Und habe dann in dieses Buch reingelesen und war begeistert, ob der, ich sag mal vielleicht Brutalität und nackten Wahrheit, der man da irgendwie auf eine Art mit Entsetzen und Anziehung ins Auge schaut. Ihre Vergangenheit in meinem Blut. Ich bin ein Geblüt. Redaktion des Buches Untertitelung des ZDF, 2020